Es war der traditionelle Vorabend zur DFL-Generalversammlung. Die Deutsche Fußballliga hatte zu einem ganz besonderen Anlass eingeladen, der Verleihung des Ehrenpreises der DFL 2019. Vertreter aller 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga waren gekommen und natürlich prominente Fußballgrößen und Legenden. Vier von ihnen sollten den Ehrenpreis der DFL 2019 erhalten. Eröffnet wurde der Abend von DFL-Präsident Dr. Reinhard Rauball. Es geht darum, verdiente Persönlichkeiten, die für den deutschen Fußball maßgeblich etwas geleistet haben, zu ehren. Erster Laudator des Abends war der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung Hans-Joachim Watzke. Er würdigte Wolfgang Overath, Fußball-Weltmeister von 1974. Ich bin der Junge, der früher deinen Stahlschnitt an die Wand geklebt hat. Ich bin heute unglaublich stolz und das glaube ich, dass ich das auch sagen kann, mich als dein Freund nennen zu dürfen. Du bist einer der ganz Großen der Bundesliga, du bist einer der ganz Großen des deutschen Fußballs und es gibt niemanden, der diese Ehre heute mehr verdient hat als du, lieber Wolfgang. Herzlichen Glückwunsch dazu. Der Preisträger war stolz auf die Aufzeichnung und beschrieb dann auch gleich mal, was für ihn einen Fußballer ausmacht. Ich glaube, jeder gute Fußballer will den Ball haben. Wenn er ihn nicht haben will, dann muss er aufhören. Das hat keinen Zweck. Der langjährige Bremer Trainer Thomas Schaaf würdigte den zweiten Preisträger des Abends. Der ist gerade mal 40 Jahre alt und der einzige aktuelle Bundesligaspieler, der schon im vergangenen Jahrtausend in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv war, Claudio Pizarro. So etwas zu bekommen ist für mich etwas Besonderes. Ich fühle mich ganz gut, ganz stolz, was ich hier in Deutschland gemacht hatte und freue mich richtig für diese Anerkennung. Karl-Heinz Riedle hielt die Laudatio auf seinen ehemaligen Bremer Trainer. Einen ganz großen Otto Rehagel, dreimaliger deutscher Meister und Sensations-Europameister mit Griechenland 2004. Ich habe meine Spieler alle mit allergrößtem Respekt behandelt. Ich habe immer gesagt, ich kritisiere sie als Spieler, als Mensch, sind sie mehr heilig. Jupp Heikes war es, der Lothar Matthäus Ende der 70er Jahre entdeckte und nach Mönchengladbach holte. Ein sehr passender Laudator für den vierten Preisträger des Abends, den Kapitän der Weltmeister-Elf von 1990. Es ist immer schön, wenn man so ein Klassentreffen hat. Ab und zu sieht man sich Jahre nicht und dann sieht man sich hier in so einer geballten Kraft. Das ist einfach ein tolles Gefühl und vor allem auch tolle Gespräche, meistens eben auch über Geschichten, die man dann gemeinsam erlebt hat. Claudio Pizarro, Otto Rehagel, Lothar Matthäus und Wolfgang Overath. Sie alle haben den deutschen Fußball auf besondere Weise geprägt und sind nun Ehrenpreisträger der DFL im Jahr 2019.